nur die party noch mal blutpunkte das haben nach klammern das fängt gut an und ich hab kein glück mit den spawns hier ach come on eins zwei und das war jolt hat nie mehr seine taschenlampe ich hab ehrlich gesagt nicht aufgepasst aber das war auf jeden Fall ein partycracker oh come on ich hab noch keine zweite charge nein drei vier da war ein basement der 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 Was ist das? Ja gut. Das war definitiv aber... Ah, verdammt, das ist der Hot. Oh, come on. Der zweiten Blink... Oh, come on. Oh, come on. Schlechter Handel. Sehr schlechter Handel. Oh, come on. Just... Nope. I'm not even sure what to say. Fuck. Okay. Oh, come on. 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 Oh, come on.